Hier siehst du eine Quelle, die uns zu untersuchende Teilchen liefert. Positiv geladene Teilchen, negativ geladene oder sogar neutrale Teilchen werden aus dieser Quelle herausgeschossen. Kein Mensch dieser Welt weiß, wie schwer diese Teilchen sind. Und genau deshalb brauchst du einen Massenspektrometer, um eben ihre Masse herauszufinden. Für ein einfaches Massenspektrometer benötigst du zunächst einen Geschwindigkeitsfilter. Dieser besteht aus einem Plattenkondensator, dessen Platten elektrisch geladen sind. Durch das Aufladen des Kondensators bildet sich ein elektrisches Feld zwischen den Platten aus. Jedes Mal, wenn ein Teilchen in dieses elektrische Feld gelangt, erfährt es eine elektrische Kraft. Diese lenkt das Teilchen entweder nach unten oder nach oben ab, je nachdem, wie du den Plattenkondensator aufgeladen hast. Die auf das Teilchen wirkende elektrische Kraft kannst du mit Q mal E berechnen. Q ist die Ladung des Teilchens und E ist die elektrische Feldstärke, die zwischen den Platten herrscht. Die Feldstärke kannst du beeinflussen, indem du die elektrische Spannung U am Kondensator veränderst. Im Gegensatz zur elektrischen Feldstärke kennst du die Spannung, weil du sie eben selbst einstellst. Deshalb schreibst du E um in U geteilt durch A. A ist dabei der Abstand der beiden Platten. Als nächstes packst du den Plattenkondensator in ein äußeres Magnetfeld. Damit die Formel für Masse am Ende nicht zu kompliziert wird, richten wir es so aus, dass seine Feldlinien senkrecht zur Bewegungsrichtung der Teilchen und senkrecht zu den elektrischen Feldlinien des Plattenkondensators stehen. Aus deiner Sicht zeigen die magnetischen Feldlinien aus dem Bildschirm heraus oder in den Bildschirm hinein. Die Stärke des Magnetfelds wird durch die sogenannte magnetische Flussdichte B beschrieben. Je größer also B ist, desto stärker ist der Magnet. Gelangt ein geladenes Teilchen in das Magnetfeld, dann erfährt es eine magnetische Kraft, in diesem Fall nach unten. Sie wird Lorentzkraft genannt und ihre Richtung kann mit der sogenannten Drei-Finger-Regel bestimmt werden. Wenn wir hier Bewegungsrichtung des Teilchens und Richtung des Magnetfelds senkrecht aufeinander stehen, berechnest du die Lorentzkraft mit Q mal V mal B. Dabei ist V die Geschwindigkeit des Teilchens, mit der es sich durch das Magnetfeld bewegt. Du wirst sie brauchen, um die Masse des Teilchens zu bestimmen. Das Problem ist, du kennst die Geschwindigkeit noch nicht. Aber keine Sorge, wenn du jetzt noch eine Lochblende an der rechten Seite des Kondensators anbringst, dann kannst du mit dieser Versuchsanordnung selbst bestimmen, welche Geschwindigkeit die Teilchen rechts von der Lochblende haben. Diese Versuchsanordnung wird übrigens Geschwindigkeitsfilter oder Wienfilter genannt. Ein Teilchen, das durch die Lochblende gegangen ist, muss durch das im Wienfilter herrschende elektrische und magnetische Feld gerade ausgeflogen sein. Es wurde weder von der elektrischen Kraft noch von der magnetischen Kraft abgelenkt, denn ansonsten hätte das Teilchen es ja nicht durch die Lochblende geschafft. Die Kräfte haben auf dieses Teilchen gleich stark eingewirkt, jedoch in entgegengesetzte Richtungen, weshalb es nicht auf die schiefe Bahn geraten ist. Dieses Kräftegleichgewicht drückst du mathematisch aus, indem du die Lorentzkraft mit der elektrischen Kraft gleichsetzt. Q mal V mal B ist gleich Q mal U durch A. Um die Geschwindigkeit herauszufinden, stellst du die Gleichung nach V um. Dabei kürzt sich die Ladung Q weg. Übrig bleibt, V ist gleich U geteilt durch A mal B. Verändere also die elektrische Spannung und die Stärke des Magnetfelds, um deine gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Wunderbar. Du hast nun Teilchen mit bekannter Geschwindigkeit, die hinter der Lochblende landen. Jetzt? Pass gut auf. Das, was jetzt kommt, macht ein Massenspektrometer aus. Hinter der Lochblende befindet sich ebenfalls ein Magnetfeld. Damit die Formel für die Teilchenmasse am Ende einfacher wird, nehmen wir dasselbe Magnetfeld wie beim Kondensator – mit gleicher Stärke und gleicher Richtung. Das Teilchen fliegt also aus dem Geschwindigkeitsfilter in dieses Magnetfeld und erfährt wieder eine magnetische Kraft, die Lorentzkraft, welche das Teilchen auf eine Kreisbahn lenkt. Nach einem kurzen halbkreisförmigen Flug landet es auf einer Detektorplatte. Auf dieser kannst du nun ablesen, wie weit der Auftreffort des Teilchens vom Austrittsloch des Wienfilters entfernt ist. Mit anderen Worten misst du also den Durchmesser D der Kreisbahn. Das Teilchen führt eine Kreisbewegung aus, weil die Lorentzkraft senkrecht auf der Bewegungsrichtung steht und damit als Zentripetalkraft wirkt. Setze also die Formel für Zentripetalkraft und Lorentzkraft gleich. Q mal V mal B ist gleich M mal V Quadrat durch R. Jetzt kommt endlich auch die Masse M in deinen Formeln vor. Sie steckt nämlich in der Zentripetalkraft-Formel. Stelle also die Gleichung nach der Masse um. Die Geschwindigkeit der Teilchen kennst du ja. Sie ist U geteilt durch A mal B. Und der Radius ist einfach die Hälfte des Durchmessers, den du an der Detektorplatte abgelesen hast. Jetzt hast du neben einem aufgebauten Massenspektrometer auch die dazugehörige Formel, um die Masse eines geladenen Teilchens zu berechnen. Nämlich M ist gleich Q mal A mal B Quadrat mal D geteilt durch 2 mal U. Wie du an der Formel siehst, musst du, um die Masse des Teilchens zu bestimmen, die Ladung des Teilchens kennen. Ansonsten kannst du nur die spezifische Ladung Q durch M ausrechnen. Außerdem kannst du offensichtlich nicht die Masse von ungeladenen Teilchen bestimmen, z.B. Neutronen. Denn sie erfahren im Magnetfeld keine Lorentzkraft. Somit vollführen sie keine Kreisbewegung, sondern fliegen unbeeinflusst geradeaus. Tja, dann kannst du auch keinen Kreisdurchmesser bestimmen und deshalb auch die Formel nicht benutzen. Wenn du die Formel nach dem Kreisdurchmesser D umstellst, dann wirst du feststellen, dass ein schweres Teilchen einen größeren Halbkreis durchfliegt als ein leichtes Teilchen. Eine größere Ladung verursacht dagegen eine kleinere Kreisbahn.